Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Jawoll, also, wie soll ich sagen, ich habe jetzt gefunden, den Ort, wo wir noch zwei Quests machen können. Das wäre einmal da hinten, hier, und einmal dort. Bei dieser Quest hier, also ich wusste, dass es die Quest hier gibt, ja. Ähm, ich wusste aber nicht, dass die auch für die Allianz gilt. Und hier müsste es auch einen Ripples geben, den wir töten. So, das wären dann zwei, ja. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es bei einer von diesen Quests auch eine Folgequests gibt. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, hm. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh. Und es sollen angeblich sogar ein paar mehr Quests sein, ja? Sogar, also es sollte ja noch so viele Quests geben, dass wir sogar noch zwei, drei mehr machen können, über den Erfolg hinaus, ja? Was ich hier sogar so lesen kann. Ich kann es nicht sagen. Ich habe kein Schimmer-Wo. Ich habe kein Endschimmer-Wo, ja? Ich gucke hier schon immer so, wo es noch so Quests gibt. Was man so machen kann. Ah, ich glaube, ich habe sogar jetzt noch die Quest gefunden. So. Der Typ, der müsste jetzt hier irgendwo sein. Avron oder so heißt der. So. Avons Kugel bringt die Kugel Heldfeuer. Da bekommen wir das. So. Ob wir da jetzt eine Folgekreis kriegen, weiß ich nicht. Aber die bringen wir jetzt dort mal hin. Naldu. Okay. Die Quest, die haben wir schon. Äh. Hallo? Ich brauche ein Ziel. So. Du? Warum muss ich dich jetzt besiegen? Alter. So. Keine Folgequest. Ich bin außerordentlich weiter. Shit. Shit. Okay, die nächste Quest, die ist da drüben. Dann fliegen wir da mal hin. Ich gucke, ich gucke die ganze Zeit nur. Ob wir nicht irgendwo noch Quests. So. Die haben wir. Blob. Dann. Was gibt es dann noch? Ich gucke hier gerade so durch. Ja. Bei VOV Head. Nach Quests. Wie war es? Ähm. 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 Die Stufe 70, die Quest. Die können ich alle nicht machen. Die, was wir quasi noch nicht haben. Die, was sich auch anhören, als hätten wir sie noch nicht. Aber es sind nicht so viele. Denn die meisten Quests davon sind irgendwie... Es sind eine Menge Quests für Stufe 70 noch da, ja. Eine Menge für die Horde. Die haben wir auch schon. Untersralmar. Für beide Fraktionen. Für beide Fraktionen. Fütet Utska dann Großknecht. Okay. Haben wir da hinten zwei Quests quasi. Die, was wir machen können. Das wäre ja... Das wäre ja ein Träumchen. Denn ich dachte, dass diese Höhle hier, ja, diese Mine, die ist genauso aufgebaut wie diese Mine, die, was wir da haben. Und ich dachte, dass man hier nur als Horde reinkommen. Das dachte ich wirklich. Und es ist ja auch ein Hordenpfändchen da. Wir sind eine Fahne von der Horde. Wäre ich wahrscheinlich gleich abgeschossen, oder? Tatsächlich. Hier kriege ich eine Quest. Guckt euch das an. Nein! Aber nur eine! Hm. Dort habt ihr vielleicht hier nochmal einen Quest-Gegenstand. Ich glaube nicht. Oh. Oh. Ah, mehr sage ich dazu nicht. Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja. Komm hier. So. Zack. Das ist jetzt schon ein bisschen blöd. Gib ich zu. Die eine Quest startet bei Großknecht. Raskil. Oder Ratzkan. Oder irgendwie so. Das ist wir. Das bist du. Das liegt an. Oh. Mein Gott. Bleib gut drauf. Oh. Mein Gott. Jawohl. Wir sind fertig hier. Die letzte Quest. Dann können wir mal ganz kurz gucken, wo ich meinen Ruhestein. Ehrenfeste. Fliegen wir von der Ehrenfeste dann einfach dorthin. Zum dunklen Portal. Nehmen dort das Portal nach Stürmwind. Und werden ein bisschen was verküfen. Und werden dort einfach ein bisschen was verküfen. Die Quest machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Ja. Ohne Kämpfe. Ah. Ich sagte ohne Kämpfe. Oh damn. So. Ja. Leute. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. Jawohl. Dann nehmen wir schnell einen Ruhestein darüber. Machen wir jetzt den Spirikus. Spiri Gonzales. Hm. Dann wird die Kack ins Auktionshaus gedonnert. Schön. So. Sehr schön. Den Erfolg haben wir. Wir dürfen das Höllenfeuer halb in sein Gedönsland verlassen. Das ist doch schön. Nicht wahr. Tentakel Mann. Gott. Ist doch toll. Hallo. Hallo. Fort mit euch. Tschüss. Boom. 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 Mixologe. Wenn du ein Fläschchen trinkst, können werden die Dauer und Werte des Effekts erhöht. Habe ich schon. Den Mixologen. Wusste ich gar nicht, dass ich das schon habe. Da war schon mal ein Fläschchen. Das war Chemie. Geben fünf Skillpunkte. Nee. Von den Eiskappen. Hä? Doch. Fünf Skillpunkte müsste das Fläschchen geben. Jetzt mal so eine richtig blöde Frage von mir. Funktionieren die Portale hier eigentlich? Ich habe mir ja gerade irgendwie in Erinnerung gerufen, dass die Portale, doch die funktionieren. Okay. Dass die nämlich nicht funktionieren, dachte ich nämlich gerade. Zack. Sturmwind. Woo. 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 Machen wir schon lange nicht mehr. Und verkaufen wir alles und den Restwäffens auf die Bank und Zeugs und Getöns und so. Versteht ihr? Ja. Ba, 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 ba. Und dann machen wir schon noch Werbung für unsere wertvollsten Sachen. Ja. Hey, hier geht's in Baha und so. Und hui. Und freut euch und so. Und so. Oder ich hätte noch in 15 Minuten ein Reit hier. Apfel. Was für ein Buch. Da hast du einen Zettel. Feuerwächter. 500 Münzen. Äh. 20 K. Mauer. Aha. Da war bei Interesse. Hier. Der weiß, wie man handelt. Der hat Ahnung. Äh. Äh. Warum? Ach Gott, nein. So. So. Achso. Zack, zack, zack. Plopp. Plopp. Jetzt. Ihm. Aha. So. Und jetzt packen wir die Dinger auch rein. So. Na komm. Plopp. 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 Warum bist du nicht dabei? Achso. Wir werden wahrscheinlich... Hm. Komm. Ich stelle mir noch mal kurz den Scan. Weißt du was? Achso. Da hast du draußen einen Hund. Also, in-game. Machen wir 490. Ne, 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 ne. 2, 4, 90. Zack, so. Dann machen wir hier noch mal Werbung. Zack, zack und zack. Jetzt im Aha. So. Haben wir noch mal Werbung für die paar Leute gemacht. Dann. Was bist du hier für die Quest? Kampf aus der 10er Scherbenwelt verfügbar. Nö. Ähm. Was wollen wir noch verticken? Das erst mal? Haben wir eigentlich irgendwas im Liebkast noch? Überhaupt nicht mehr, oder? Nö. Was haben wir denn noch in der Bank? Brauchst du? So. Lebt wohl. Ehre dem König, Freund. Dann setzen wir jetzt die Stoffe auch mal rein. Auch wenn wir jetzt ein bisschen Neterstoff oder so verlieren. Das setzen wir jetzt mal alles rein in das Auktionshaus und die Rezepte. Zack. So. Stellen wir mal alles rein. Wir brauchen ein bisschen Gold, ja. Zeit haben wir noch genügend. Mach schneller. So, dass wir auf... Also, ich möchte auf 5000 Gold kommen, ja. Wo wir uns das Speed reiten. Am besten, wenn 6000 Gold, dann hätte ich Dingens auch noch drin. Ähm. Dingens. Versteht er? Äh. Den Kalkbäderflug. Er wagt es, mich zu beschwören. Er wagt mich zu beschwören. Einfach darin. Die Maschen. Na? Na, wir gehen das nochmal. Ne, so funktioniert das schon mal nicht. Ah, schade. Es funktioniert irgendwie nicht mit dem Mausrad. Aber wir überziehen gerade voll. So, hauen wir alles rein. So. Den Rest. Das. Das. Du bist nicht im Mock-Equip drin. Du bist nicht im Mock-Equip drin. Du bist nicht im Mock-Equip drin. Alles andere haben wir da mal. Alla. Lass mich hier durch. Danke. Grüße. Zack, 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 zack. Das behaupten wir. Das kommt hier rein. Wer kommt hier rein? Ihr kommt hier so nach unten. Du nicht. Du wirst verkauft. Du wirst verkauft. Du wirst so verkauft. Zack, zack, zack. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute.